Wie ich das erste Mal das Stück Boulevardier gehört habe, ist mir so vorgekommen, als würde ich mit meinem Hund spielen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass jeder Mensch irgendwie seinen Ausgleich findet. Ich kann mich in der Natur extrem gut ausgleichen, da kann ich mich erholen oder auch regenerieren. Und ja, bei dem Stück ist mir irrsinnig bewusst geworden, was eigentlich wirklich wichtig ist, zum Beispiel auch Zeit mit Familie zu verbringen oder Sport zu machen oder einfach mal nichts tun. 2 3 4 5 5 6 8 7 Untertitelung des ZDF, 2020